Herzlich Willkommen bei der Ombudsstelle der Alphanova, Anlaufstelle, Vertretung und Vermittlung für Menschen mit Beeinträchtigung, die Kundinnen und Kunden von Alphanova sind, Angehörige, Sachwalter und Sachwalterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das ist Herr Albert Gräbeniak, der Ombudsmann der Alphanova, Anlaufstelle. Er hat sein Büro in der Toblergasse 6, 80-20 Grad. Herr Gräbeniak ist montags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr und dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0699 140 32 452 erreichbar. Aber auch per E-Mail unter ombudsstelle.alfanova.at Der Ombudsmann erhält montags und donnerstags immer Sprechstunden in den Einrichtungen der Alphanova ab. Die Sprechstundentermine wissen alle Alphanova Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und sind in allen Einrichtungen ausgehängt und stehen außerdem auf der Homepage der Ombudsstelle. Wann kannst du dich an die Ombudsstelle wenden? Wenn du dich alleingelassen nicht verstanden fühlst. Wenn du dich nicht gehört fühlst, wenn Probleme in der Einrichtung mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Kollegen, Kolleginnen nicht gelöst werden können. Wenn du Fragen hast zu Anlaufstellen, Ämtern und Behörden, Hilfsmittelbedarf, Beihilfen und Zuschüssen. Oder wenn du andere Fragen hast, zum Beispiel zum Behindertengesetz, Sachwalterschaft, Ausbildungen und viel mehr. Der Ombudsmann unterstützt und hilft dir sehr gerne frei. Er nimmt sich Zeit und hört dir zu. Die Ombudsstelle ist unabhängig und weisungsungebunden. Die Ombudsstelle unterliegt der Schweigepflicht. Der Ombudsmann Albert Grebenjag freut sich auf ihr Kommen. Hallo, mein Name ist Albert Grebenjag. Ich bin der Ombudsmann der Al-Fanoma GSMBH. Wenn ihr Anliegen habt, Probleme, Sorgen, Wünsche, dann könnt ihr euch an mich wenden. Ich freue mich, für euch da zu sein, mir eure Sorgen, Probleme und Anregungen, Anliegen anzuhören. Besucht mich, kommt zu mir, ich bin für euch da. Ich freue mich auf euer Kommen. Bis bald. Ich freue mich auf euer Kommen.